In der ersten Bundesliga 120 Männer gab es am fünften Spieltag gleich zwei Überraschungen. In Bamberg führten die Gäste aus Rheindorf bereits nach dem Starttrio mit 87 Kegeln und einem 2 zu 1 in den Duellen. Die Pace machten dabei Michael Kotal hier auf der rechten Außenbahn mit 652 und Milan Svoboda mit 646 Kegeln. Viktoria versuchte im Schlusstrio noch einmal alles. Florian Fritzmann hier auf Bahn 4 stellte die Partiebestleistung von 652 ein, doch die Schamthaler gewannen die Partie mit 5 zu 3. Wir haben die Partie heute über weite Strecken nicht richtig angenommen. Resumierte SKV-Kapitän Timo Hoffmann nach dem 3 zu 5 seiner Zerbster in Breiten-Güßbach. Im vergangenen Jahr fehlten dem TSV noch drei Kegel zur Überraschung. Diesmal waren die Güßbacher um ihren Kapitän und Spieler des Spieltages Tobias Stark vom Start weg besser. Stark, der mit 696 Kegeln den Klub der 700er knapp verpasste, hatte schon bei der Spielansage eine spannende Partie versprochen. Sein Team hielt Wort und machte die Liga spannender denn je. Im Spitzenspiel der 1. Bundesliga 120 Frauen waren die Gäste aus Lidolsheim beim frischgebackenen Weltpokalsieger Bamberg chancenlos und unterlagen mit 1 zu 7. Alina Dollheimer hier auf der Bahn 3 spielte nah an ihre persönliche Bestleistung heran und wurde mit 618 Kegeln Spielerin des Spieltages. Saskia Seitz neben ihr konnte das einzige Duell für den Vize-NBC-Pokalsieger erringen. Der einen freut, ist der anderen Vorfreude. Nachdem der SV Pöllwitz in Erlangenbruck die erste Saison-Niederlage einstecken musste, freuen sich die Mücken auf den Vizemeister am kommenden Spieltag. In der 2. Liga Nordmitte der Männer treffen dann mit Groß-Bardorff und Hirschau auch zwei bisher verlustpunktfreie Teams im Gipfeltreffen des Unterhauses direkt aufeinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017